Ich kann mir ja drüber sprinten. Also ich hab's geschafft. Okay, dann fuck dich mal ein bisschen ab. Ich kann's doch gerne nochmal machen. Ich pack hier fest. Ich kann's doch gerne rückwärts machen. Du musst deinem Leben loslassen. Alter, du. Ihr gehafter Hitler, du. Jeremy, ich hab dein geiles Bild auf Instagram gesehen, ne? Das ist schon ziemlich sexy. Gibt's eigentlich einen unekelhaften Hitler? Ja klar, der normale, richtige Hitler. Ah, okay. Ja, war doch geil. Der ist cool. Ja, und was ist mit dem Bild? Das ist schon ziemlich sexy. Das sieht irgendwie so aus, als hätte es ein Piercing. Hast du wirklich ein Piercing? Nein. An den Eiern. Ich hab's ja nochmal geschafft, ne? Am Schaft. Geschafft. Ja, nice. I do rage. Ich dachte, ich sei so schlecht. Oh, danke für den Boost. Hä? Wo bin ich jetzt hin? Tschüss. Hä? Oh, X-Ray. Oh mein Gott, das war schon krass. Alter, was hast du für alles alles für Cheat-Mods? Ich hab' ich gar keinen Grund. Hä? Was ist denn das jetzt? Boah, Alter, Kubi, ernst. Mach deine Dreckst-Cheat-Mods aus. Alter, Chan! Hör auf! Du hast mich auch geboxt. Oh. Alter, ich flipp an die Decke. Und viel weiter. Und viel weiter. Kubi. Warte mal. Warte mal kurz. Was? Wär's jetzt arg 30, wenn ich nebenher eine Dingaufnahme mach' ne DC-Aufnahme? Kannst du machen, stört doch keinen. Ja, ne, auch ich einfach mit drin, lass die am Channel. Ja, stört doch keinen. Wenn du mich jetzt boxt, dann bist du ausgeschlossen. Lass mich endlich rein. Lass mal, lass das mal noch mal, lass das mal noch mal zu machen und noch mal wegrennen. Wollen wir wett, dass wir's, dass wir's, äh, dass wir's vor Kugi schaffen? Also, Hinde zurück. Alter, ich geh bei jedem Sprung übelts mit. So, der, dein Adrenalin. Also, ich hab's ja noch mal geschafft, ne? Can? Ich hab's auch noch mal geschafft. Warte mal kurz, ne? Nein, du wirst dich jetzt schön wieder nach da unten verpissen. Alter! Bist du jetzt die Weltkraftpolizei, du Schwuchtel, oder was? Du hast geherzt. Du kannst mich mal. Ich hab die geschafft. Kubi, mach die normal. Ich hab die geschafft. Ihr wollt mich doch verarschen, ja. Fickt ihr euch mal. Ich hab die geschafft. Wenn du dein scheiß Hack benutzt, dann hör auf damit, ernsthaft. Ich hab mein Hack nicht benutzt. Ich hab da ein Closed on Ding hingesetzt. Ja, das macht's genau. Ja, das ist genau, das ist mindestens Closed on Ding. Ja, dann mach ich den von der Stelle nochmal. Hier, machst du mal die Challenge nicht weiter, dummer Hitler, du. Lach nicht so hässlich. Ich meld dich auf Instagram, du Vorze. Lach nicht so hässlich. Ich zerstöre real life, alter. Ne, ich war beim vorletzten. Alter, du... Du kleiner Bastard, du bist so richtig schlecht. Du bist so ein... Alter. Alter. Kubi, das sah so mega geil aus. Na gut. What the fuck? Ich hatte mal Lust, dich zu teleportieren. Wetten, ich schaff das jetzt nochmal. Weiter. Wetten, du bist ungewollt. Oh verdammt. Ein dummer Hitler? Zählt das als Annahme? Ja. Zählt das. Boah, darüber! Ist ein Scherz, ne? Boah, weißt du, warte. Ich will sogar mal wieder was in Farbe sehen in DayZ. Ich spiele seit knapp zwei Stunden in allen möglichen Grautönen. Okay. Warum? Weil er seinen Gaben untergestellt hat. ... ein paar Tropfen Blut habe. Nein! Alter, ist die Jan! Nein! Ich spiele als Frau. Wenn ich keine Tage habe, bin ich tot. Boah, Alter. Jan! Oder ne, Kubi. Ja? Boah, Kubi, Alter! Kannst du mal jetzt damit aufhören? Was? Guck mal auf den ersten. Jan, Jan, guck mal hier hin. Da oben. Nope. Achso, das habe ich schon gesehen. Voll trocken. Ich nicht. Ich fand das irgendwie voll lustig gerade. Haha, das ist irgendwie gar nicht lustig. Ich musste hier endlich mit zu lachen. Nein! Kannst du mal Kubi das Inventar wieder clearn? Boah, du Hundesonnen, Alter. Warum hast du fünf Gegenstände? Ernsthaft? Kannst mich ruhig boxen, da habe ich kein Problem mit. Tschüssi. Haha, danke. So ein Spaß, Alter. Nicht easy. Boah, Kubi, hörst du auf mit deinen Drecks Hacks? Ja, wenn du dann stell dich die dumme Tür zu, was soll ich denn da machen? Soll ich ihn anbetteln und noch einen Blasen oder was ist das Gesetz? Also. Wenn ich jetzt Ja sage. Spaß. ja genau hol dir den dia schwert ist mir scheißegal dann deabonniere ich dich eben er machte jetzt die challenge kaputt ach dass ich mich hochklappern kann ja stauer junge stauer junge deabonniere dich dann gleich mal ja geht schon auf damit die gleiche stelle jedes mal jedes verkackte mal slide ich da drüber und dann war ja toll das wirkt mich eigentlich nicht dass du da die beine weg gemacht hast das sieht aus wie so ein pimmel der ein typ der auf einem pimmel draufsteht alter kubi bis wohin bist du gekommen da wo ich kann über ich kann im moment überhaupt nicht ja und da bin ich drüber geslidet mega schwer ja ich auch hier über den vier das heißt jedes mal drüber ja jetzt habe ich es okay ja da bin ich auch untergefallen ist das eigentlich 9 warum höre ich da auch zu sprinten an der seite an der wand das sind wir dann die nächste bei diamant ist ja geil schau dich durchgeschlagen wie soll es dann weitergehen wenn es schon diamant ist weiß nicht mal guck mal hier vorkam holz ja sei eigentlich kein vergleich ja holz mega op holz war echt saukrass alter aber warum höre ich auf zu sprinten an der seite kannst du mir das nur sagen wo sprintest du überhaupt achso weil du gegen die wand rennst so wie mein name du lauf gegen die wand ja ja warum heißt du eigentlich so faggots äh ich hab mal damals doofus gespielt was hast du doofus gespielt und dann habe ich mir gescheite namen gemacht für meine avatar und die avatar waren übelst scheiße ab dem moment wo ich dann schlechte namen genommen was regt mich auf boah da könnt ihr mal die schnauze halten irgendwas dummes dann danke dann ging das irgendwie voll gut klar dann war ich auf einmal mega gut mit dem mit dem avatar und seitdem habe ich dann irgendwas lustiges genommen was ich lustig fand und dann kam halt gleich lauf gegen die wand nach dem zweiten mal oder dritten mal ist auch mein main character gewesen dann lol und äh ja der war halt dann auf maximum level in dem spiel fuck alter ich bring mich jetzt gleich um ja mach ein insta-bild von ja ein insta-bild ja insta-tot ist das dann das ist halt einfach instant insta-girl hat sich dann umgebracht halt 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 nicht mehr instant genau instant also ist es schlecht kubi wo bist denn du hier boah das fuckt mich gar nicht geht eigentlich voll klar ja gell ja dann kam jan dann kam dieser jan und ich rieche einfach seinen furzgeruch sein wachigeruch sein wachigeruch dann riechst du nicht mehr das ist wenn er so um die ecke läuft dann er müffelt das richtiger faulen eier das ist eine scheiß fresse weil er so ein Würstchen zwischen seinen eiern hat ja also nicht so das richtige Würstchen sondern so ein braunes Würstchen was ein bisschen nach kacke auch stinkt nennt man auch in der deutschen sparen kackwurst boah warum krieg ich das nicht hin alter das ist so scheiße wie macht ihr das dass ihr nicht gegen die wand wenn ihr nicht weiter weg von der wand hinspringen und dann leicht drehen achso ok ich hatte gerade ein remote lost äh ein remote lost boah alter mein kleiner finger tut extremst weh durch das sneaken ne ja meiner auch ditto ditto wo ist pikachu aber meine challenge die wir haben alle überhaupt nicht schaffen ich muss gar nicht einfach schlagen tut mir leid denkst du du an rage? ich weiß es ja nicht ne ich glaub nicht ich glaub ich hör nur so n piepen irgendwie ja das piept zu hässig sorry ich war dabei recht aggressiv alter der piept aber nicht der macht ich soll dann immer das challenge immer machen N cave uh Viktor � Lass ihn mal den hoten abreißen wehhh zfashion damit er piepipi Alter alter den hotensack in kaltes Wasser hängen Hodensack heääääääh N belle menor Wenn ich diesen Sprung irgendwann mal hinkriegen würde, ne? Alter, Alter, schon! Alter, maaaannn, du bist so ein häsiger! Tratzkopp! Richtig stinkig bist du. Ja, du auch. Nee, dann nicht. Sorry, ich hatte gerade das Bitter von dem Mann zu schlagen. Oh, der Mobi, ey, ernsthaft! Alter, iiii, was war das denn? Oh, schäm dich! Alter, komm, ey, leck dich am Hoden! Oh, warum? Oh, warum? Oh, den Sack! Das würde ich sagen, für heute 5 Minuten. Mal Pause. Lass dir mal noch zusammenknüppeln, den hessigen hier! Du Rennsohn! Naja, das war das nächste Mal. Tschüss! Aaaaaaah! Na, Spaß! Noch schwer. Ja, hallo und herzlich willkommen! Äh, ja, wie man hört, es ist schwer. Alter, Kalle, hörst du jetzt damit auf, ey? Ich hab doch gar nichts gemacht! Hä? Dann geh runter! Hä, er hat echt nichts gemacht, doch ne Witzes war ich! Ja, ich weiß, hab trotzdem untergehauen. Ja, ne mit dabei ist heute Kalle anstatt Can. Ist aber auch gut so. Ja, wir brauchen einen anderen zu mobben. Hä, Leute! Der Block war hier letztes Mal nicht. Welcher Block? Der Closed-On-Block. Hier war ein Closed-On-Block. Ah, das weißt du noch, weil du den hingesetzt hast? Nein! Du bist ja der einzige der Closed-On-Block. Aber der gehört hier nicht hin, weil man hätte die Challenge damit nicht schaffen können. Ach so, okay. Oh, mein Arschloch juckt grad. Ja, der gekratzt. Oh geil, darf ich jucken? Das erste, was ich in der Folge sage. Oh geil, mein Arschloch juckt grad! So, und das ist Kalle. Hallo. In Mongo. Ja, guck, wie weißt du, das ist scheiße, wenn du ganz unten da bist und mich dann runter haust. Aber wir sollten jetzt irgendwie echt versuchen, das Detail zu schaffen. Ja, wir können dann wieder in der nächsten Challenge uns kloppen. Weil danach haben wir ja auch diesen End-Teil hier abgeschlossen endlich. Gut, okay, komm. Kubi, wir machen Friedens-Pakt für diese Challenge, dass wir uns nicht hauen. Okay, weil danach ist nämlich... Damit wir die Drecks-Challenge dann nicht vorbei haben. Danach ist nämlich Diamant angesagt. Lauf du vor, ich bin ja dir. Wie du jetzt Frieden macht, Alter. Ja, richtig so liebevoll. Das kann ich nicht unterstützen. Nein! Ach! Das war das Schwere. Kannst du dich nicht unterstützen? Nein! Wurde er gefallen. Scheiße. Ah, bei dem einen da, äh, um die Ecke, äh, nicht um die Ecke rum. Danach, äh, an die andere, an die andere Wand da musst du irgendwie so, äh, grade springen und, äh, grade losrennen. Ich hab'm geschafft. Ja! Und... Da bin ich immer abgeschmiert, oder hier dann. Da bin ich nicht dran gekommen. Aber Kalle ist jetzt ungefähr... Ja, Kalle ist jetzt da, wo ich mal war. Ja, Kalle ist sowieso der Barbo bei Adventure Map ernsthaft. Der sich da runterfickt. Der ist sowieso der... Der ist der... Der ist der... Der ist der... Aber... Scheiße. Aber easy eigentlich. Geht. Kobi, weißt du, dazu sagt er easy, ne? Wir sind im Arsch. Hehehe. Gut, dann... Der Kalender ist trotzdem schwerer. Ja, der ist auch schwer. Weil die Challenges viel länger sind. Ja, gut. Ja, ja, das ist schon auf jeden Fall. Der Kalender war auch mega geil. An sich geht's echt, aber es sind ja diese Leiterspringen und da brauchst du auch einfach manchmal ein bisschen Glück. Scheiße. Vergessen zu springen. Kalle, jetzt mach die Challenge nicht gleich fertig. Ich will ja noch... Ich will ja keine Erfahrung kriegen. Ja, ich warte mal hier auf euch. Oder warte, ich möchte erst an der einen Stelle vorbei. Die Säule hier ist ja echt mega leicht. Ja, da fall ich nur ab und zu runter. So eins auf zwei. Wobei Alex da auch schon wieder verzweifelt war. Alter. Hatten wir denn eigentlich schon alles hier mit dabei? Julian.